Willkommen zu einer Runde auf dem Video auf meinem Kanal und heute seht ihr oder hört ihr auch, könnt ihr sehen, ich bin erkältet. Ja, das ist halt ein bisschen doof, ich kann euch eben meine M-Sets zeigen, ich habe das jetzt auch schon auf Twitter gepostet, ich wurde ja heute um 13.45 Uhr im Band, jetzt gerade, lasst mich hier mal auf mein Handy schauen, haben wir 17.32 Uhr und das bedeutet, ich habe innerhalb von 4 Stunden in der 109er-Karte aufgebaut, ich bin ja jetzt einmal noch dumm verreckt, aber das ist ja eigentlich relativ egal. Ich hoffe, man hört es nicht zu heftig, dass ich krank bin. Dabei haben wir Frovin, Feuerstein-Sub und Z-Hype, der auch verlinkt ist, sehr gut geholfen. Froh, wenn es auch verlinkt. Und nochmal danke, dass dieses 1K-Special von heute, also ich nehme heute sozusagen an dem Upload-Day von meinem 1K-Special auf, dass es so gut angekommen ist, jetzt noch 3 Stunden, schon 200 auf, obwohl... Ja, Hype macht ihr direkt Werbung, ich würde... lol, was war das? Auf jeden Fall werde ich jetzt auf Top schwitzen, ich weiß nicht, wie lange das dauert, ich schätze mal so eine Woche und wenn nicht, ja, ihr seht es ja sowieso. Ah, schade. Hier krögt mich eben noch. By the way, über meine FL möchte ich nochmal kurz ein Wort droppen und zwar, ja, ich werde jetzt nicht mehr die Leute adden auf Komme fallen. Auf Rebi, sorry, ich bin Brain of K, hab die Grippe übrigens, falls ihr euch dafür interessiert. Ähm, ja und zwar ist meine FL jetzt erstmal geschlossen, da ich nicht die, ähm, meine Abonnenten alle annehmen kann, da es sowieso schon viel zu viele sind. Und das Problem ist eben auf Rebi, dass man selbst mit Premium halt begrenzte Freundeslots hat. Und das werde ich wieder verkacken, kann ich eigentlich zurückgehen. Ähm, ja, perfekt. So, ah, perfekt, okay, also grün, grün spamt. Und was machen die da? Palle, Palle Mensch, hier, was geht denn hier ab? Okay, Lila hat auch kein Wett mehr, jetzt müssen wir noch auf grün. Ja, wie gesagt, lieb Spam halt ein bisschen hart. Dem können wir aber noch das Gold klauen auf jeden Fall. So, ich, ich baue das jetzt hier einfach mal ein, das Gold. So, unser Gold ist noch hier, perfekt. An alle Gold-Hater, ich euch auch, ne. Der Schatz auch nicht bis zu boxen, ey. Ich kann mich teleportieren, Leute, das seht ihr mal. Und. Okay, das Bett wurde jetzt schon von Red Bull PvP geholt, aber zack. Wurde hochgeportet, ne, klar. Ja, die tollen, super Sound Effects. Sound Effects, Special Effects. Jetzt seht ihr mal, was ich hier mache. Und zwar mache ich jetzt die Taliban-Aktion. Ja, mein Video wird jetzt gesperrt, ich weiß. So, jetzt, bam. Und abwarten und Tee trinken. Ach, wie eine, angenehm, unangenehm, wollte ich kurz kurz sagen. Komm doch. Komm doch. Die Leute hier, ey. Zu, zu wundervoll. Ah, er lebt noch, meine Güte. Und da haben wir wohl gewonnen. Es waren jetzt nur drei Kills, aber ist scheißegal. Ich wollte es euch einfach nur noch zeigen. Jetzt haben wir eine 112er-KD, perfekt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und Küsschen, Küsschen. Auf den Tschüsschen, Tschüss. Und dann, da war ich, bei mir ist ja, rufe. Und dann, da war ich. Und dann, da war ich mal. Vielen Dank.